Hallo, ich würde euch Bescheid sagen. Sie werden am Ende einen Film sehen. Ich denke, tot. Jetzt also wird eine weitere Rede beitragen und dann danach, also am Ende, werden sie einen Film zeigen. Deshalb dieser Wahlzug dort ist, wir sitzen alle Leute, also hier zu planen, damit sie weiter das Leben gehen und andere Sachen. Das ist ja wichtig. Damit also alle von uns mitkriegen, wie die Stadt zu gewinnen ist, also helfen, wie die Stadt uns gewinnen, wie die Stadt uns diskriminieren. Das ist nicht einfach für uns, aber wir sind da, machen wir weiter. Danke. Das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig.